Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Dieses Video richtet sich insbesondere an die Anfänger, also die Leute, die noch nicht so lange dieses Spiel spielen und noch damit vielleicht ein bisschen Probleme haben, ein geeignetes Team zu finden und auch nicht wissen, wie man ein Team aufbaut und so weiter. Ich habe ja schon einige Anfänger-Videos drin, gerade wie man ein Team zusammenstellt, aber ich wollte euch zwei Einheiten vorstellen, mit denen ihr dann ein Team machen könnt und diese zwei funktionieren so gut miteinander, dass ich dachte, das zeige ich euch mal. Also, es geht um diese beiden hier, Sir Alamir und der Wüstenwurm. Die solltet ihr beide einigermaßen bekommen können, das ist nicht mal legendär, also eine epische Figur, die solltet ihr schon irgendwann kriegen können und der Wüstenwurm ist sogar noch da drunter an der Stufe. Das sieht man anhand dieser sechs türkisfarbenen Zeichen, halt die ersten drei heißt dritte Stufe, das heißt häufig, selten, ultra selten und dann kommt episch, dann kommt legendär und mythisch, also der ist dann ultra selten. Okay, was macht der denn? Der fügt dem letzten Feind Schaden zu. Natürlich in einer dermaßen großen Menge bei mir, weil ich so einen hohen Magiewert habe, da könnt ihr noch nicht rankommen. Da seid ihr vielleicht bei der Hälfte oder irgendwie sowas, aber ist ja egal, ihr habt ja auch Feinde, die viel leichter zu besiegen sind. Von daher fügt er also dem letzten Feind Schaden zu, abhängig von der Magie und erschaffe dann sieben gelbe Edelsteine. Und der Wüstenwurm benutzt ja selbst gelb. Das heißt also, es könnte passieren, dass wenn er sieben gelbe erschafft, dass er so eine Reihe von gelb erschafft, wie zum Beispiel eine Viererreihe oder so, dass er Mana sammelt und gleich wieder voll ist. Und deswegen kann der lupen. Außerdem erhält er ein Magie für jeden gelben Verbündeten und ein Leben, das ist aber ziemlich wurscht, ein Leben. Magie ist schon durchaus interessant und ist immun gegen Krankheit und Lykantropie. Auch das ist ziemlich uninteressant. Aber ja, der macht also Schaden, kreiert sieben gelbe und kann dadurch wieder lupen. Und das ist sehr gut zusammen zu spielen mit Sir Alamir. Sir Alamir erschafft rote und eben auch gelbe Edelsteine. Die roten sind für beide gut, aber das würde er, weil er ja in erster Position kriegt, immer selbst kriegen das Rote. Vielleicht erzeugt er ja so viel Rote, dass noch ein paar übrig bleiben für die zweite Figur. Kann ja sein. Ansonsten das Gelb, was er erschafft, das ist dann für die zweite Figur gut. Also für den Wüstenwurm. Und der fügt dem ersten Feind wiederum Schaden zu und verbrennt ihn. Warum der überhaupt an Position 1 steht, das hat mit den Eigenschaften zu tun. Die müsst ihr natürlich auch entwickelt haben, ist klar. Also wenn ihr es schafft, die Eigenschaften zu entwickeln, dann ist diese dritte Eigenschaft besonders wichtig. Reduziere den Schädelschaden um 40%. Das heißt, wenn der Gegner auf euch, sagen wir mal 100 Schaden macht, dann kommt nur 60 durch, weil 40% verhindert werden. Und deswegen ist der an Position 1 sehr wichtig. Das gilt natürlich für alle diese Blocker, die Schädelschaden reduzieren. 40% ist okay. Der geringste Wert ist glaube ich 25%. Dann kommt glaube ich 33. Dann kommt 40. Und dann wird es langsam interessanter mit 50. Aber 40 ist ja auch schon ganz gut. Diese Eigenschaften muss der Wüstenwurm selbst nicht so unbedingt entwickeln. Ich habe ja schon gesagt, die Magie ist natürlich ganz nett. Aber ob man nun, sagen wir mal, 2 Magie oder 3 mehr kriegt oder nicht, immerhin. Ein bisschen ist das Unterschied, aber da könnte man eher drauf verzichten, meiner Meinung nach, als hier auf diese Eigenschaft. Also das versucht dann hochzukriegen. Verursache doppelten Schädelschaden gegen Untote. Naja, wann hat man schon Untote in erster Position beim Gegner. Aber wenn, wäre das natürlich gut. Spielt aber keine große Rolle. Und auch Einrüstung am Anfang jedes Zuges spielt auch nicht so eine große Rolle. So viele Züge hoffentlich müsst ihr ja gar nicht machen. Also Sir Alamir selbst braucht Rot und Blau. Das ist ganz gut, weil das Blau geht direkt auf ihn, das Rot auch. Und das Gelb geht halt auf den Wüstenwurm. Also diese Kombi, die würde ich euch empfehlen zu spielen. Auch wenn der Wüstenwurm auf den letzten Schaden macht. Wir können ja dann noch zusätzliche Einheiten reinnehmen, die das Ganze noch verstärken. Wie zum Beispiel auch nochmal Füge dem ersten und dem letzten Schaden zu. So was gibt es auch. Also ja, und jetzt bin ich natürlich etwas unsicher, weil ich nicht weiß, was ihr so noch für Einheiten habt. Ich stelle mir vor, vielleicht ist der Wüstenwurm so gut und es gibt so viel Gelbe, dass er auch mehr Gelb erschafft, als er selbst braucht. Und dann wäre es gut, noch eine Einheit reinzunehmen, die auch Gelb hat. Ich sortiere das mal nach Basisseltenheit und fange mal unten an. Welche Einheit hat denn auch Gelb? Am besten zweifarbig. Und im Prinzip könnt ihr alle die Figuren hier spielen. Ihr könntet probieren, einen zweiten Wüstenwurm noch reinzusetzen. Das heißt also, wenn der erste dran war und der zweite auch voll ist, beim ersten hat es aber nicht gereicht für einen Extrazug, dann könnt ihr den zweiten sprechen und vielleicht reicht es dann, dass der erste so viel Gelb kriegt, dass er wieder voll ist. Also das wäre eine Möglichkeit. Und so könnt ihr so ein bisschen da durchgehen. Was ist denn für euch gut? Was habt ihr denn überhaupt? Der Satyrmusiker ist natürlich eine super Einheit. Da habe ich aber glaube ich schon ein Video von gemacht. Der fügt den ersten zwei Schaden zu, nimmt Magie weg und lässt sie verstummen. Das ist natürlich auch klasse. Den könntet ihr auch wunderbar hier reinpassen. Dann habt ihr da noch Braun drin. Und dann will ich auf den Sandläufer noch hinweisen. Der Sandläufer fügt eben den ersten und dem letzten Feind Schaden zu. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt ja auch Einheiten, die den ersten und den letzten Schaden zufügen. Und das ist so eine. Dann füge einem zufälligen Feind doppelten Schaden zu. Also das ist jemand, der sehr gut Schaden machen kann. Werde wütend, wenn ein Feind stirbt. Spielt keine Rolle, wenn er an dritter Position ist. Und beginnt den Kampf immerhin mit 75% Mana. Der könnte zum Beispiel auch sehr gut an die dritte Position kommen. Ich will trotzdem noch für die dritte Position weiter überlegen, was ihr nehmen könntet. Und ihr sucht euch dann natürlich das aus, was für euch am besten passt. Und was ihr vor allen Dingen habt. Und da gehe ich mal ein bisschen höher. Und schlage euch noch den, weiß weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Lyroth, also Lyrite auf Deutsch vor. Warum schlage ich den vor? Der macht nämlich gar keinen Schaden. Gibt allen Gelden verbündeten Leben und Magie. Also sich selbst auch. Und auch den Wüstenwurm halt. Und es besteht eine 35% Chance, eine Kopie des ersten Feindes zu beschwunden. Natürlich nur, wenn ihr eine freie Lücke habt. Sonst geht das nicht. Warum ist der ziemlich gut? Weil er dem Wüstenwurm zwei Magie mehr gibt. Und auf dem ist ja sozusagen das Deck aufgebaut. Das heißt, er macht dann eben nicht nur 56, sondern ich würde dann 58 Schaden machen. Das spielt natürlich eine umso größere Rolle, je geringer euer Schaden ist. Also wenn ihr nur 30 Schaden macht, dann ist 32 ja schon durchaus prozentual wertvoller. Also der Sandläufer ist, äh nicht der Sandläufer, also der Lyroth ist deswegen interessant. Und noch etwas, was besonders ist. Hier. Beschwöre am Anfang des Kampfes einen Lichtsturm. Das ist deswegen gut, weil ihr Gelb braucht. Und je mehr Gelb nachfällt, also beispielsweise ein Vierer in Gelb fällt raus und dann fällt wieder was nach. Und das sind auch viele Gelbe. Dann habt ihr natürlich umso mehr Chance, den Wüstenwurm zu füllen und dass der auch weiterhin immer loopen kann. Also Beschwöre am Anfang, am Anfang des Kampfes einen Lichtsturm ist richtig gut. Deswegen wäre auch meine Empfehlung, den einzusetzen. Zumal ihr auch noch zusätzliches Gelbes Mana sammelt, wenn man Gelbe Edelsteine kombiniert. Also hat man Dreier in Gelb, dann kriegt man vier Gelb, wenn man den im Team hat. Also der wäre auch noch eine super Alternative an Position 3. Kronenritter, Koboldritter, alles gute Figuren, aber die haben vom Mana her Blau und Gelb und das ist schon geblockt. Deswegen passt auch Lyroth hier ganz gut hin wegen Braun. Gut, dann haben wir das. Und dann müssen wir natürlich die letzte Position noch besetzen. Und da kommt der Held ins Spiel, die Waffe. Und jetzt kann ich natürlich überhaupt nicht sagen, was ihr so an Waffen habt. Es gibt hervorragende Waffen, aber was habt ihr denn davon? Wenn ihr schon ein bisschen weiter im Spiel seid, dann habt ihr wahrscheinlich, ich nehme mal Gelb raus, dann habt ihr wahrscheinlich die Essenz des Bösen schon. Die passt natürlich super rein, weil die Essenz des Bösen in jedes Team super gut reinpasst. Das kriegt man auch ganz gut, wenn man die Seuchenmeisterklasse 250 Siege hat. Aber das muss man halt schon mal haben. Vielleicht hat das noch nicht jeder. Und so gibt es halt immer wieder ein paar Waffen. Spiegelung des Güten würde natürlich gehen. Ich suche mir vor allen Dingen Waffen aus, die von der Farbe her nicht geblockt sind. Denn wenn kein Rot, wenn kein Blau und vielleicht auch kein Gelb liegt, dann soll trotzdem wenigstens die Waffe voll werden. Und ja, ich schlage mal Waffen vor, die ihr vielleicht ganz am Anfang schon haben könntet. Nämlich gehe ich dazu hier in diese lilanen Waffen rein und schaue mal, was es da so gibt. Und da fällt mir auf, ich gehe mal noch ein bisschen tiefer, ich glaube hier blau ist mir die aufgefallen, die Sense der Verderbtheit. So, die ist ja nun nicht besonders doll. Sie hat nur lila, 13. Aber sie fügt eben allen Feinden Magie plus 2 Schaden zu. Halt allen Feinden. Das ist das Besondere. Entzieht dem ersten Feind 3 Mana, lasst den ersten erkranken. Ist nicht so wichtig. Aber so eine Waffe steht jetzt stellvertretend für Farben, die nicht mit den ersten 3 Figuren zusammenhängt und die ihr aber trotzdem ganz gut verwenden könnt. Das ist wirklich so ein ganz tolles Anfänger-Team, bis vielleicht auf Sir Alameer, der episch ist. Aber ansonsten kann man das sicherlich gut spielen. Und bei der Waffe, da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Tja, ihr könntet alles Mögliche, je nachdem was ihr schon habt, wie gesagt, nicht in den Farben da spielen. Und Schaden machen passt sehr gut. Also eine Waffe, die auch Schaden macht, hervorragend. Gut, dann muss ich euch natürlich noch zeigen, wie das ganze Team gespielt wird. Vielleicht weise ich noch kurz auf diese Waffe hier hin. Prismen Orb, das ist eine Waffe, die ihr auch am Anfang schon sehr schnell haben könnt, erschafft 8 Edelsteine der Mana-Farbe eines gewählten Verbündeten. Da nehmt ihr den Wüstenwurm und hofft, dass es gelb ist. Wenn es rot ist, ist auch nicht schlimm, können ja beide erste Figuren gebrauchen. Aber ja, dann hofft ihr mal, dass es gelb ist. Außerdem kriegt der Verbündete noch Rüstung dazu. Das ist gut für den Wüstenwurm. Das ist ja die wichtigste Figur. Der soll ja lupen, darauf ist es ja aufgebaut. Und da kriegt man halt jede Farbe. Jede Farbe, die übrig bleibt, die ihr nicht habt, die wird von dieser Waffe aufgesogen. Also das wäre auch noch eine Alternative, die reinzusetzen. Gut, dann aber jetzt zum Kampf, um das Team in einem Kampf zu erklären. Gut, ich spiele dazu eine Herausforderung auf Stufe 7, was mit diesem Team nicht so leicht ist. Später im Spiel hat man ja ganz andere Figuren, aber dann will ich zeigen, dass man damit trotzdem gewinnen kann. Übrigens, den Barden habe ich noch als Klasse eingesetzt. Das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Bei der Klasse seid ihr flexibel. Barde ist am Anfang eine ganz gute Klasse, weil man als Barde, huch, wo ist sie denn? Hier. Weil man als Barde eben 50% Mana-Start hat. Man kann Spürsinn einstellen, gibt einen zufälligen Verbündeten, zufälligen Status-Effekt. Alle Verbündeten erhalten eine Magie. Und hier kann man sich überlegen, ob man mit 15% Mana startet. Je nachdem natürlich, was ihr für Orden so habt. Habt ihr einen Anu-Orden, braucht ihr das nicht. Aber wenn nicht, dann wäre das vielleicht interessant. Ansonsten werde verzaubert beim Kombinieren von grünen Edelsteinen. Ist auch interessant, obwohl das Team ja nun nicht auf grün aufgebaut ist, zumal ihr ja auch einen gelben Sturm haben werdet. Und zusätzliches lilanes Mana wäre da auch noch drin. Also das empfehle ich vor allen Dingen wegen der letzten Eigenschaft. Alle gelben Verbündete erhalten am Anfang jedes Zuges 1 auf alle Werte. Und das ist natürlich wieder mehr Mana für den Wüstenwurm. Also ihr seht schon, ich habe das so aufgebaut, dass der Wüstenwurm mehr Mana kriegt und dadurch immer gefährlicher wird. Banner übrigens noch doppelt gelb und einfach rot. Gut, dann auf in den Kampf. Das sollte in etwa so die Schwierigkeit sein, die ihr dann auch habt. Natürlich sind die Werte jetzt deutlich über den, die ihr habt von den Gegnern her. Aber ihr habt ja auch nicht meine guten Werte. Von daher, das müsste in etwa passen. So, was ich jetzt mache, ich sammle vor allen Dingen Rot, Gelb oder Blau für die ersten drei. Da habe ich einen Vierer und einen Blau, das ist natürlich Glück. Ja, und ihr seht, jetzt ist schon mein Wüstenwurm voll und ich habe diesen gelben Sturm. Der gelbe Sturm ist halt so wichtig, damit das, was nachfällt, auch möglichst viel gelb ist. Ich nehme mal jetzt gar nicht die Schädel, sondern spiele nur mal mit dem, dass ich sieben gelbe Edelsteine noch erschaffe. Ja, hat geklappt, wie ihr seht. Ich habe da irgendwo einen Vierer bekommen, bin wieder voll geworden und bin gleich nochmal dran. Das mache ich also dann nochmal. Und der Letzte kriegt halt dann immer Schaden. Und was ist passiert? Ich bin wieder voll geworden. So, jetzt muss ich natürlich den Fünfer hier nehmen. Okay, hier ist wieder ein Fünfer in Gelb. Nehme ich jetzt nicht. Ich lasse das bewusst aus dem Spielfeld, damit ich weiter die sieben Edelsteine, die ich erschaffe, hoffe, dass die mir helfen, dass ich voll werde. Und wieder bin ich voll geworden. Das meinte ich mit Lupen. Eine Möglichkeit, immer wieder an den Zug zu kommen oder am Zug zu bleiben. Und dafür ist der gelbe Sturm so wichtig. Und deswegen ist Lyroth da drin so stark. Ich mache das immer weiter, immer weiter, bis ich irgendwann nicht mehr dran bin. Und das nicht mehr geklappt hat mit dem Extra-Zug. Na, das läuft hervorragend. Nicht immer läuft es so gut wie jetzt. Aber aha, jetzt war der Gegner dran, er hat Schädel genommen. Jetzt kann ich einfach mit dem weitermachen. Ich könnte natürlich auch zu Alamia sprechen. Acht rote und gelbe. Mache ich aber natürlich in erster Linie, um den Wüstenwurm wieder zu füllen. Und der ist ja schon voll. Die Waffe würde jetzt allen Schaden zufügen. Brauche ich nicht mal. Die eine Figur ist schon weg und die zweite kommt jetzt dran. Ihr seht, wie gut das geklappt hat. Ja, ich mache gleich noch einen Kampf, damit ihr das nochmal seht, wenn ich ein bisschen schneller spiele. Oder wenn es vielleicht etwas schwieriger liegt. So wie jetzt, wo erstmal nicht ein Vierer am Anfang liegt. Okay, dann nehme ich hier blau. Bekommen auch gleichzeitig grün, wenn ich das mache. Grün brauche ich zwar nicht, aber je mehr vom Spielfeld explodiert, desto besser. Ich habe wieder meinen gelben Sturm. Ich habe genügend Mana gesammelt, dass ich mit dem Wüstenwurm voll bin. Eine andere Farbe als gelb nehme ich da gerne. Okay, jetzt liegt einiges an gelb. Vielleicht reicht es ja wieder für einen Vierer. Reicht leider diesmal nicht. Das ist gut. Dann seht ihr mal, wie es halt auch passieren kann. Und jetzt löse ich halt zu Alamir aus. Das hat wiederum gereicht. Jetzt ist wieder der Wüstenwurm voll. Und wenn es dann kein Vierer gibt, Schädel kann ich natürlich auch immer zwischendurch nehmen. Macht ja auch Sinn, eine Menge Schaden damit zu machen. Okay, und dann geht es weiter mit Gelb. Jetzt hat es wieder gereicht. Hier ist auch ein Fünfer in Gelb. Aber den nehme ich gar nicht. Ich mache weiter. Mit dieser Figur. Vielleicht zwischendurch zur Abwechslung spreche ich mal die Sense, damit ihr seht, auch das kann man machen, dass alle Feinde dann Schaden kriegen. Wobei das jetzt ungünstig ist mit dem Vierer, weil dann kriegt der den. Dann mache ich das jetzt noch nicht. Dann spiele ich erstmal so weiter. Okay, jetzt mache ich das. Gut, hat mir auch ein bisschen geholfen. Dafür ist dann die Sense drin. Alle Gelben kriegen Leben und Magie. Auch den spreche ich mal jetzt. So, jetzt hat er noch ein bisschen Magie mehr. Und weiter geht's. Also, so kann man das spielen. Ihr seht, ich bin nicht wirklich in Gefahr. Aber natürlich, ich habe ja auch sehr viel höhere Werte. Aber ich habe ja deswegen auch einen Kampf genommen, der auch nicht so leicht ist. Ja, ich hoffe, das Team gefällt euch und ihr könnt da flexibel drauf reagieren und sagen, ah, ich habe eine andere Waffe, die passt da auch gut rein. Also, die ersten beiden sind eine gute Symbiose und auch der Lilith als dritte Person oder als dritte Figur da drin passt sehr gut da rein. Viel Spaß mit dem Team. Habt ihr dazu Anregungen, Fragen oder noch sonstige Kommentare, dann schreibt mir das einfach direkt auf YouTube in die Kommentare rein. und ich hoffe, das Team ist etwas für euch. Wollt ihr noch ganz viel andere Teams sehen, dann überlegt euch doch vielleicht auch eine Mitgliedschaft zu nehmen. Da zeige ich noch viel mehr Videos und viel mehr Teams, die ihr so nicht sehen könnt. Ihr könnt ja mal in der Playlist etwas stöbern, ob da etwas bei ist für euch, was ich da alles so für Videos habe. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal und wenn ihr die Glocke neben dem Abonnieren drückt, dann erfahrt ihr auch immer, wenn ich live bin und streame oder wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Das war's. Euer Fando sagt Ciao Ciao und viel Spaß bei Gems of War.